Wir sind hier die EVP Wetziken und wir sind heute mit verschiedenen Kandidierenden vertreten für die kommenden Wahlen der Stadt Wetziken. In einer Woche ist ja die Abstimmung für Kinder ohne Tabak und im Zusammenhang mit dieser Initiative ist das ganz ein wichtiger Tag für uns eigentlich heute. Wir sind extrem froh, dass wir mit dem Luftibus Lungen Zürich zusammen nochmals eine Entscheidungshilfe mitgeben können für diese Initiative, die wir unbedingt wollen, dass sie angenommen würden. Ich bin vom Luftibus Lungen Zürich. Wir machen sonst normalerweise Lungenfunktionsmessungen. Heute sind wir da für Kinder ohne Tabak, Werbung für die Initiative für ein Jahr. Die Jugendlichen werden bis zu 70 Mal am Wochenende, am Samstag oder Sonntag, mit Tabakwerbung konfrontiert. Und jetzt wollen wir das in den Kinos und in den Plakaten verbieten, aber Social Media lassen wir einfach offen. Und heute ist das eigentlich der wichtigste Werbeträger. Ich denke, jetzt geht es sicher darum, die Jugendlichen zu schützen, dass sie nicht in die Sucht hineinkommen, sei es jetzt bei Tabak, wo wir jetzt aktuell da sind, oder andere Suchtmittel. Wir setzen uns ein für ein lebenswertes Wetziken. Eins, der nicht Partikularinteressen im Zentrum Umstände, sondern eins, wo alle ein Zuhause finden und dürfen als Familien, auch als Gewerbler, als Jungs oder als Ältere, auch als Zentrumsfunktion gut leben können. Es ist uns wichtig, dass wir wieder vertreten sind im Stadtrat.